Ohne Report, hm? Ach, die Leute, das Problem bei... Also, man hat aufgegeben bei Apokalypse und Pornstar, weißt du? Weil das Problem bei denen ist, die sind immer toxic, denen ihre Accounts werden immer gebannt, aber die kaufen sich neue Accounts und sind innerhalb von einer Woche wieder Challenger. Das heißt, die sind einfach ständig da und denen macht es Spaß, diesen Level-Prozess zu machen. Also, nicht den Level-Prozess. Dieses Early-Climping macht denen noch richtig Spaß. Das heißt, du tust denen mehr weh, wenn du sie auf Challenger lässt und einfach nur toxic sein lässt. Dir sowas sollte Riot mal IP-Bands oder Hardware-Bands vergeben. Ich glaube nicht, dass das möglich ist. Ich weiß auch gar nicht, wie da... Also, ich glaube nicht, dass du das machen kannst, oder? Das Schlimmste, was du aussprechen kannst, sind, glaube ich, On-Side-Bands. Mehr geht, glaube ich, nicht. Hardware-Bands? Ja, ich glaube, das geht so... Also, so IP-Bands über Hardware, das geht, glaube ich, sogar. Aber ich weiß nicht genau, wie das gemacht wird. Ich habe von dem technischen... Also, von sowas habe ich keine Ahnung, ne? Also, das ID ist es. Naja, fast, ne? IP-Band hatte doch Tyler-One... Nee, das war ein On-Side-Band hatte der. Das heißt, der hat ja dann auch nicht gestreamt und hat Off-Stream einfach spielen können, bis sie halt rausgefunden haben, dass er die... dass er es ist, ne? Und dann haben sie ihn gebannt. Aber der hatte keinen IP... Also, ich weiß nicht, IP-Bands sind nicht auch fast alle IPs mittlerweile... Sind die nicht auch alle, wie nennt man das? Nicht statisch, sondern... Ne? Ihr wisst, was ich meine. Dynamisch, genau. Ja, danke. Tutschen. Das Einzige, was du machen kannst, ist der ID-Hardware-Band. Und dann kann man aber theoretisch einfach die Hardware austauschen, ne? Und dann bist du wieder entbarnt, praktisch. Wobei das natürlich immer mit Kosten verbunden ist. Da tut man den Leuten halt wirklich weh, wenn man das macht, nehme ich an. So, was haben wir noch hier? Äh, ich bin mal Master Yi, ne? Das war mir gerade ein bisschen zu spooky. Ich meine, also so Hardware-Bands, aber sind die... Darf man die überhaupt machen? Ist das... Das ist wahrscheinlich schon erlaubt, oder? Es gibt auch Tools, die deine Hardware-IDs spufen. Also bringt genau gar nichts. Okay, habe ich verstanden. Wer wurde gebannt? Niemand. Wir reden bloß gerade über... Achso, mit Tyler One haben wir vorher geredet. Wir reden bloß gerade über IP- und ID-Bands, ja. Aber was ist, wenn ich meine Hardware weiterverkaufe? Die Person kann ja auch nichts dafür. Das heißt, du verkaufst deine Hardware weiter und die Person, der du sie verkaufst, spielt dasselbe Spiel. Tja, ne? Da hast du einen aber schön angeschmiert dann. Man muss die Leute einfach vom Stromnetz nehmen. Ja, der nächste gute Beitrag. Ne? Wir rufen einfach beim Stromnetz an und tauen die Leute aus dem Stromnetz raus. Jungs, ich glaube, wir haben hier gute Ideen, ne? Nice Brainstorming already here. Sehr, sehr nice Brainstorming. Ich bin stolz auf uns, ja. Wir sollten am besten, sollten wir für alle gebannten Spieler ein Camp einrichten, in dem nur sie spielen können und die kommen nicht nach draußen, um mit uns anderen zu spielen. Ne? Wir bauen da einfach so einen Zaun drum und der hält dann die Internetstrahlung auf. Ne? Das klappt bestimmt, ey. Alles technisch möglich hier. Warum? Wann braucht man eigentlich keine Mauer? Das ist die Frage, die man sich stellen muss im Leben, finde ich. Dann gehst du Fried und Waldklebto auf Korki. Gegen Milis probiere ich gerade Klebto aus. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Ich probiere es nur aus. Wird ihr Dorans oder? Ja, ich glaube, wir brauchen den Health Pool, ne? Matthias Ignite, das wird risky in der Mitte. Wir könnten auch Corrupting Potion sonst gehen. Ist Dota 2 genauso toxic wie Loll? Ich glaube, Dota soll auch sehr rau sein. Weil da sind ja, also du hast da, die größte Spielerbasis ist von einem Land, wo allgemein noch andere Umgangsformen herrschen. Also da herrschen ein bisschen andere Umgangsformen. Das ist bei denen ganz normal. Da ist ein bisschen mehr Härte dabei. Die sind nicht so diplomatisch. Aber die sind auf eine andere Art und Weise halt. Aggressiv, ne? Muss man sagen. So, jetzt volle Konzentrationen her, Leute. Die Ways hier weghalten, bitte. Alter, du Sack, ey. Why? Why? Du musst die nur ein bisschen... Okay, wenn der den kriegt, ist gut. Oh, der kriegt den nicht. Und wir haben verloren. Nice. Gute Arbeit, Schaden. So, der hat jetzt Mitte den ganzen CS-Lied wieder aufgeschlossen, ne? Das ist okay. Mein Gott, so ist es halt. Okay. Okay. Wir sind ein bisschen behind jetzt hier auf der Land, logischerweise, weil wir halt geroamed haben. Das ist der defensivste Zillaz, den ich je gesehen habe mit Ignite, Electrocute, bis jetzt. Der macht einfach... Also, der lässt mich einfach for free hier Sachen machen. Ich habe so Angst vor dem, ne? Man merkt es wahrscheinlich bei vielen Situationen. Ah, der lässt mich einfach machen aktuell. Oh no. Ah! Oh mein Gott, are you serious? Ich habe gerade drei Tyrell-Chats genommen. What? Gott, bin ich bad. Ich habe mich dreimal verklickt, ne? Mit den Out-Attacks. Der hat mich so easy killen können da auch. Endlich, ja. Da müssen wir richtig, richtig hard killen, wenn wir das gewinnen wollen. Ich meine, wir könnten... Essence Reaver Infinity Edge Rapid Fire könnten wir auch gehen, ne? Und einfach mal diesen New-Style ausprobieren. Lass das einfach mal machen. Ich weiß nicht, ob das besser ist als die Infinity Edge Route, aber ich will es einfach mal probieren. Stell dir mal vor, der hätte den da gekillt, so, äh? Das wäre ein Tilter gewesen. Scheiße, ich hätte auch da laufen sollen. Das ist echt fies. Ah, der war so gut, der Catch auf den Zillers, aber... Danach sind wir alle explodiert gegen Xayra Khan, leider. Ich hätte laufen sollen, ne? Noch ein bisschen weiter. Das ist wahrscheinlich game für die jetzt, oder? Dass der Nasus so stark ist, ne? Dass der den einfach full life im Turret dive. Obwohl der nur Trink-Items hat aktuell. Da kann ich noch mal sein, aber ich glaube... Oh mein Gott, was? Isst mich bitte? Oh mein Gott, was ist das? Oh, 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 oh. Geiiiice! Sü! Let's go! Aber schlicht Auto-Attack. So viele Fehler gemacht, das Game. Ja, gut, dass der Tam mich da noch erwischt hat. Sonst wäre ich tot gewesen. Ich habe echt viele, viele Fehler gemacht in dem Game. Zum Glück ist Korki broken. Und wir hatten ein Team, das gut mit uns gearbeitet hat. Aber ein Win hier. Let's go. Das ist schon... Dafür, dass ich so schlecht gespielt habe, ist das schon frech, ne? Eigentlich. Alter! Ja gut, ne? Go next. Really fast. Das ist schon... Build ein Empire of Sound As the bridges were falling down In the midst of endless time We have built along this line Build ein Empire of Sound Untertitelung des ZDF, 2020